Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Ich habe in einem kleinen Heft gelesen, dass Pater Pio gesagt hat, dass dieses Rasenkreuz hier einer der größten Gnadenorte der Welt ist. Das hat mich so angesprochen und er hat auch gesagt, das ist eine besondere Gnade hier, dass wenn wir beten, wofür wir beten, es hilft, dass es der Wille Gottes geschieht darin. Und dann habe ich gerade für meine Berufung gebetet. Ich habe gesucht meine Berufung und dann habe ich gedacht, wenn Pater Pio das sagt, dann pilgere ich hier und bete hier für meine Berufung. Und ich habe damals studiert, hatte nicht viel Geld in Ungarn. Dann sind wir mit dem Autostopp mit meiner Freundin hierher gefahren. Und der Enkelsohn, der Mutter Lex, hat uns aufgenommen hier in Österreich. Und dann, ich habe mir gedacht, wenn ich schon hierher komme, dann sollen wir zur Festkreuzerhöhung kommen. Und da waren so viele Pilger damals, das war so ungefähr vor 22 Jahren ungefähr. Und 24 Busse und da war gerade Heilige Messe, als wir angekommen sind. Dann haben wir auch Zelt mitgebracht und hier übernachtet neben dem Kreuz in einem Zelt. Aber die ganze Nacht wurde durchgebetet. Und ich habe auch wirklich sehr festgebetet, dass wirklich durch das Kreuz des Herrn, durch diese Gnade hier, dass der Herr mir erleuchtet, was er will, was sein Wille ist, was meine Berufung ist. Und ich habe die Liebestlame zwar schon gekannt, aber ich habe auch an andere Orden gedacht, wo ich könnte eintreten. Günther, da hätten wir vorstellen können, einige. Und dann, damit wir nicht wieder mit dem Autostopp heimfahren sollen, haben wir erfahren, dass hier ein kleiner Bus aus Budapest ist. Wir haben gefragt, ob sie uns mit nach Hause mitnehmen könnten. Haben sie gesagt, ja, sie haben gerade zwei Plätze frei. Und dann, das war gerade eine Liebestlame-Gebetsgruppe mit einem Priester. Und dann, während der Fahrt, habe ich mit dem Mann neben mir gesprochen und es mir aufgefallen, dass er so klar antworten kann auf meine Fragen. Ich habe selten vorher so erfahren, dass das wirklich jemand so, dann habe ich schon gedacht, vielleicht war das durch die Erleuchtung der Liebestlame, dass er so klare Antworten mir geben konnte. Aber nicht, das hat mich so überzeugt oder darüber, dass mein Platz bei der Liebestlame ist, sondern das war dann eine Gnade, das ist wie ein Blitz, dass da ist dein Platz, also in der Liebestlame. Das war so stark, dass ich dann so konkret, dass ich dann den Mann gefragt habe, wann ist die nächste Gebetsstunde und wo in Budapest. Und seitdem bin ich dann zu den Gebetsstunden gegangen und ich habe so stark erfahren, wirklich diese Gnade, dass ich dann wirklich nicht mehr übergehen wollte. Und das dauert schon seit 25, also 53 Jahren ungefähr, dass ich das so stark erfahre. 53? 23, Entschuldigung. Ich habe gedacht, 25, also 23, ungefähr 23 Jahre war das. Und jetzt ist es soweit, dass eventuell das auch so vielleicht möglich wird, dass man auch als Gott geweiht dann offiziell dann auch in diesem Geist oder der Spiritualität dann leben kann. Das ist schon eine weltweite Bewegung, aber jetzt sind wir gerade dabei, dass auch als Gott geweiht, also eine Stufe höher, dass wir das auch anerkannt werden können und möglich wird. Gibt es noch etwas, was Sie mit diesem Ort verbindet, oder? Ich bin dann öfters, dann sehr oft hierher gekommen, weil ich immer so, so große Gnade erfahren habe, wie eigentlich selten, vielleicht im Menschenkrieg. Und hier, und hier am meisten irgendwie die Gegenwart Gottes, wahrscheinlich wie, wenn es wirklich diese Gnade, dass wegen dem Kreuz des Herrn, wahrscheinlich wie das wahrhaftig das Kreuz des Herrn, da gegenwärtig wäre. Und diese Gegenwart Gottes ist so stark hier, dass ich immer wieder, das ist einer meiner wirklich Lieblingsgnaden euch. Noch eine Frage? Nie war ich so da, dass ich das nicht erfahren hätte und auch so gern bete ich auch für wichtige Anliegen, weil ich erfahre, dass dann wirklich der liebe Gott sehr hilft, dass ein Wille geschieht. Das stimmt auch. Haben Sie nicht Probleme auch mit den Botschaften von Eisenberg? Ich das habe nicht, weil ich selbst erfahre, die Gnade hier, auch wenn das Kreuz nicht mehr sichtbar ist. Aber die Botschaften, kennen Sie die Botschaften von Eisenberg? Ich kenne sie. Und haben Sie keine Angst? Ist das nicht zu pessimistisch? Nein, ich glaube eigentlich, dass die Mutter Gottes oder der Herr durch diesen Ort auch eigentlich helfen wollten, dass wirklich diese Strafe in der Hand Gottes, was die Menschheit eigentlich schon verdienen würde, zurückzuhalten. Und durch die Gebete an solchen Gnadenorten geschieht gerade das, dass wir noch durch Sühne und Gebet zurückhalten können, diese Strafe, was die Menschheit durch ihre Sünden schon eigentlich verdienen würde. Aber die Mutter Gottes, der Herr, gerade deshalb gibt es solche Möglichkeiten, das abzuwenden. Abzuwenden, genau. Vergelt es Gott. Mutter, rette uns durch die Liebeskrankung deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz, Maria, bitte für uns, Geh' dir unsere Zuflucht zu ihr nehmen.